Liebe Community, wir haben gerade unseren Experten-Talk zum Thema Nachhaltigkeit und Kunststoffe, ein Widerspruch, abgedreht. Ihr habt euch das Thema oft schon gewünscht. Ich habe mich deshalb auf den Weg nach Lohfelden, Deutschland gemacht, zur Firma Technophon und habe mich mit Diak Moses zu diesem Thema ausgetauscht. Bleibt dran, das Video wird in Kürze online gehen.